In diesem Video sage ich dir, wie du gratis Beta-Version von Modern War 2 bekommst. Und wenn du hier neu bist, lasst kurz uns ein Follow da auf Twitch und hier natürlich ein Like und kostenlose ein Abo da. Wenn du mir das auch freuen, auf Twitch heiße ich XAndersTV, sind alle unten verlinkt. Ja, wünsche ich dir noch viel Spaß mit diesem Video. Also Freunde, ich mache das kurz und knackig, wird auf jeden Fall ein kurzes Video, nur für euch eine Info. Hier blende ich auf jeden Fall das Bild ein, wann der Beta-Version endet und wann es anfängt. So, am 16. und 17. haben wir eine Playstation-Beta-Version, da müsst ihr das Spiel erstmal vorbestellen und einen Code haben natürlich. Und am 18. und 20., also von 18. bis zum 20. und 9. haben wir für Playstation-Spieler einen Open Beta. Das heißt, ihr braucht kein das Spiel zu vorbestellen und ihr braucht keinen Code. Und den 22. bis zum 23. ist ein exklusiven Tagen für Xbox, Playstation und PC, da könnt alle Open Beta-Version spielen. Und am 24. bis zum 26. ist für alle Plattformen erhältlich, also Open Beta. Da freue ich mich auf jeden Fall. Wenn du dich freust, schreib es gerne unter Video-Kommentare, ich mache mich übertrieben. So, da kommen wir zu dem Punkt, wie bekommt man eine Gratis-Beta-Version. Das ist ganz einfach, Leute. Ihr müsst einen Twitter-Account haben und dort überall von COD-Spielern abchecken. Oder besser gesagt, von Call of Duty selber. Weil die manchmal tweeten und vielleicht hast du eine Chance auf einen Code. Das schreiben die ja, schreib mir privat. Dann bekommst du das und das funktioniert zu 100%. Das haben sehr viele von meinen Freunden. Ich hatte leider kein Glück, meine Freunde schon. Deswegen empfehle ich euch einfach auf Twitter abchecken. Model World 2er oder einfach schreibt dort Call of Duty Beta-Version oder Beta-Code. Dann kommen alle Giveaways und so weiter und so fort. So, die zweite Methode ist, ihr geht bei allen CD-Spielern oder YouTuber, da machen die immer Giveaways zur Zeit. Checkt ihr ihre Videos ab, auf jeden Fall guckt die Kommentare, guckt auch ihre Titel und so weiter und so fort. Vielleicht ist in ihrem Video selber ein verstecktes Code. Vielleicht hast du ein Glück, dort einen Code rauszuholen. Was meint ich? Zum Beispiel, die sagen, ja, hier plötzlich ein Buchstabe und Ende des Videos, zeigen ihnen das Code. Oder die sagen, an diesem Tag verlose ich 24 Codes oder 5 Codes oder 2 Codes. Vielleicht hast du Glück. Da kommen wir zu dem Punkt 3. Ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr ein bisschen Geld habt, ihr könnt für 3 Euro in der Webseite gehen und dort gratis Beta-Version Codes kaufen natürlich. Aber nur bei sicheren Seiten oder nicht, dass ihr 25 Codes kauft, am Ende ist es ein Scam. Nein, guckt eure Details, guckt in Kommentare, guckt wie viele Sterne das Webseite hat und so weiter und so fort. So, Freunde, da kommen wir zum letzten Punkt, wie viel Model World 2 kostet auf jeden Fall. Da kommen wir diesen ganz, ganz teuren, kostet 110 Euro. Da habt ihr alle diese Möglichkeit zu holen. Oder ihr sagt, ich habe kein Geld, ich hole mir direkt die ganz normale Version. Kostet natürlich nur 80 Euro. Diesen Skins und ab diesem Tag könnt ihr diesen Codes dann verwenden oder dieses Spiel spielen. Ich muss mal sagen, Freunde, das war schon mein Video. Ich habe euch gefallen. Ich freue mich so, auf den nächsten Monaten hier auf allen Plattformen ein COD-Konto rauszubringen, weil ich habe übertrieben Bock. Und mal gucken, ob ich mir das direkt hole oder erst ein paar Monate später. Mal gucken, Freunde. Und ich muss nur sagen, das war schon mein Video. Schaut euch gefallen. Lasst kurz das ein Like, da ein Abo. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.